Hey. Hi. Und herzlich willkommen aus meinem Schlafzimmer. Ich stelle euch heute wieder die Trendreader Box vor. Aber bevor wir zur Box kommen, darf ich euch noch etwas ganz totes anderes von Trendreader vorstellen. Und zwar den Adventskalender, der steht direkt neben mir. Hier sind 24 tolle Überraschungen drin, die alle vegan sind. Und der Warenwert liegt über 270 Euro. Und er kostet 149,95 Euro. Genau. Und mit meinem Code STYLEDUSTXMESS10 könnt ihr 10 Euro sparen. Und der Link dafür befindet sich in der Infobox. Und ich bin super gespannt. Ich werde den noch zusammen mit euch öffnen. Ich denke auf TikTok auf jeden Fall. Instagram Story, YouTube Shorts. Mal schauen. Ich hätte Bock, aber ich weiß noch nicht. Schreibt mir mal, ob ich das machen soll oder nicht. Ihr wisst, ich bin so überzeugt von Trendreader. Die Sachen sind super nützlich, fliegen nicht blöd rum. Und ja, ich bin mir sicher, dass der Adventskalender ganz, ganz, ganz toll sein wird für alle, die die Trendreader Box lieben. Und für alle, die sie noch nicht kennen, wartet ab. Ich stelle euch heute wieder eine Box vor. Ja. Also, das ist wirklich ein Riesenpaket. Mit einem richtig schönen Design. Ist das Design nicht schön? Ich liebe es. Gitschig, weihnachtlich. Warum überlegt, soll ich jetzt schon ein, zwei Türchen öffnen? Aber das ist mein einziger Adventskalender bis jetzt. Und ich denke, das wird auch der Einzige bleiben. Deswegen freue ich mich da selber sehr drauf. Aber wie gesagt, wir packen es zusammen aus, wenn es soweit ist. Okay. Das Thema der Box lautet Day and Night. Und ihr könnt wie immer mit meinem Code STARDUST15 15% sparen auf die Trendreader Box. Und ihr bekommt nur mit meinem Code ein Extra-Cody dazu, was es sonst nicht dazu gibt. Genau. Und natürlich gibt es diese Box auch wieder zu gewinnen. Dafür einfach den Daumen, ich sag's jedes Mal falsch, dem Video einen Daumen nach oben geben. Einen Kommentar schreiben. Einfach irgendeinen Kommentar, wo du mich wissen lässt, dass du die Trendreader Box gerne gefunden würdest. Und, genau, Trendreader haben wir auf YouTube vorhin, hab ich das schon gesagt. Ich glaub nicht, aber, ja. Okay, wir schauen mal rein. Das erste, was mir hier direkt entgegenkommt, das ist, by the way, auch immer die vegane Box, die ich nehme, ist von Mount Hagen. Ein Cappuccino-Vegan. Und da bin ich mal sehr gespannt, wie das schmeckt, würde ich mal sagen. Ich bin nicht so der Kaffee-Typ. Ich wünschte irgendwie, ich wäre es. Ich hatte eine Zeit lang eine Phase, wo ich so ein bisschen Kaffee getrunken hab, aber dann mit so viel Kaffee und so viel Milch. Milch Alternative, also Sojamilch nämlich meistens. Ja, lesen wir mal, was da steht. Hafer-Drink-Cappuccino, 5,49 Euro. Was wäre ein Morgen ohne Kaffee? Wenn er dann noch so lecker und cremig ist wie der Cappuccino-Vegan von Mount Hagen, kann dein Tag nur gut werden. Hier trifft ein würziger, arabischer, robuster Espresso auf feinen Hafer-Drink. Dieser lösliche, vegane Cappuccino ist der erste seiner Art. Unverschämt lecker und so einfach zubereitet, dass dieser aromatische Kaffeegenuss, die hilft, euren stressigen Tagengenuss bereits in der Früh zu finden. Dabei legt Mount Hagen auch großen Wert auf die Zutaten. Alle Produkte sind Bio und Fairtrade. Hört sich auf jeden Fall sehr gut an. Freue ich mich sehr zu testen. Und ich hoffe, dass ihr keine Nebengeräusche hört, weil das Mikro hier irgendwie so ein bisschen rumwackelt. Das ist schon wieder eine Konstruktion hier. Vom allerfeinsten. Denn ich finde einfach kein geeignetes Stativ fürs Plojeti. Es hat ja ein eigenes Stativ, aber es ist nicht höhenverstellbar. Ja, ich bewege mich auch nur ganz, 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 ganz wenig. Noch eine Karte von Trendreader. Dann haben wir hier von I plus M, fester Conditioner, I love it, Conditionerbar, Hafer. Wie ihr wisst, bin ich durch Trendreader auf feste Produkte gestoßen. Sei es Shampoo, Duschgel oder whatever, Conditioner auch schon. Und ich liebe es. Also ich kann nichts anderes sagen. Die Produkte sind immer so gut. Dinge beim Bad werden auch verwendet. Ja, ich finde die wirklich sehr, sehr, sehr gut. Conditioner auch wichtig. Das riecht frisch, aber nicht parfümiert oder so. Also sehr frisch natürlich. Sehr lecker. Wartet mal. Meistens hört sich das Tapping darauf nämlich sehr gut an. Okay. Weiter geht's. Danke an Lena fürs Packen der Box. Okay, von Skone spricht man das aus, keine Ahnung. Pore Minimizing Sulky Smooth Anti-Age Serum. Oh, sehr gut. Das kommt auch sehr gelegen. Das werde ich definitiv austesten. Sieht auch sehr interessant aus. Da bin ich echt gespannt drauf. So Pore Minimizer ist ja immer so, dass man sich so denkt, ja, eh nicht. Man hofft es immer, aber wartet mal, ich habe gar nichts zur Seife vorgelesen, ne? Okay, es ist entweder ein reichhaltiger Lippen-Balsam drin oder der feste Conditioner für 9,90 Euro. Hol mir das noch kurz nach. Bringe glanzend deine Haircare. Der feste Conditioner Hafer von E plus M enthält fair gehandeltes Haferöl, Olivenöl und Chia Butter. Ganz natürlich stärkt und dann wird er jeden Haartyp. So strahlt deine Haar mit gesundem, glanzvoller Energie. Und Natürlichkeit hat bei E plus M Tradition seit 1978 steht der Kosmetikpionier für ökologische und faire Produkte. Wir lieben auch die umweltfreundliche Verpackung aus Graspapier. Gönne deine Ma die Pflege, die es braucht und unterstütze gleichzeitig die Umwelt. Perfekt. Okay, wow. Das Silky Smooth. Also man hat in der Box entweder das Silky Smooth Oil Serum oder Nourishing Face Oil. Ab 66,95 Euro. Das wollte ich auch nochmal nachgucken, was mein Handy. Und zwar hat die Trendrainer Box nämlich einen Warenwert von 121 Euro und man bekommt sie für ca. 25 Euro mit dem Code. Wenn ich mich jetzt nicht täusche. Ja, eins von zwei hat man da drin. Ebenmäßig seidige Haut auch in der kalten Jahreszeit. Das Silky Smooth Oil Serum oder das Nourishing Face Oil von Scone sind die perfekte Ergänzung für deine Beauty Routine am Morgen. Das Silky Smooth Serum Öl wirkt ausgleichend und Poren verfeinernd. Schon wenige Tropfen über deine Tagescreme aufgetuft glättet deine Haut und halten sie geschmeidig. Das Nourishing Face Oil nährt deine Haut mit wertvollen pflanzlichen Inhaltsstoffen und sorgt für ein gleichmäßig normalisiertes Hautbild. Entdecke eines der beiden Scone Produkte in deiner November Box. Da bin ich sehr gespannt und freue mich echt, das zu benutzen. Ich kann es jetzt wahrscheinlich schlecht testen, aber ich kann ja mal nach dem Geruch gehen. Okay, der Geruch ist komplett natürlich. Fühlt sich auf jeden Fall sehr schön an, aber kann ich euch jetzt nicht so viel zu sagen. Nee, riecht man gar nichts. Ich lasse es mal kurz einwirken, aber auf dem Handrücken bringt das wahrscheinlich eh nichts. So, dann haben wir hier von Völkel Schott Ingwer und Kurkuma. Ich hasse Ingwer immer noch, für alle, die es schon wissen. Aber es ist gesund. Es ist wirklich gesund. Sippe ich jetzt einen Schluck oder tue ich es nicht? Erstmal lesen. Die Schott Ingwer und Beeren sowie Ingwer und Kurkuma von Völkel sind optimal für deinen täglichen Gesundheitsboost. Der Ingwer- und Beeren-Schott bietet fruchtigen Genuss mit natürlichem Vitamin C aus Acerola, Kirschen, Ingwer und Beeren. Der Ingwer- und Kurkuma-Schott entgegenpunktet mit der Kraft von Ingwer, Orangen und Kurkuma. Beide liefern 100% des täglichen Vitamin C Bedarfs und unterstützen die Immunabwehr sowie den Energiestoffwechsel. Freue dich über eine der beiden leckeren Sorten in deiner Trendbox und genieße deinen leckeren Schott aus Demeter-Zutaten. Also das mit Beeren wäre mit Sicherheit auch interessant gewesen. Ich probiere es, okay? Also leider kann ich euch nicht viel sagen zu dem Serum, ne? Aber es fühlt sich auf jeden Fall gut an. Und es riecht nach nichts. Oh, ich hasse das so sehr. Ich versuche es immer wieder, wenn irgendwas mit Ingwer in der Trendbox ist. Aber ey, ich bin kein Ingwer-Fan. Ich gehe nicht auf Grunde von Ingwer-Hem. Dann haben wir hier Daily Socks drin. Mit einem süßen Design. Ich sehe es schon. Komm, ich mache es mal auf. Und zwar sind das ganz einfache, schwarze Socken. Was ich sehr toll finde. Sunrise Moonlight Stardust. Das sind meine Socken. Sunrise Moonlight Stardust steht da drauf. Ich fass es nicht. Fokussiert das gerade. Ich kann es nicht sehen, Leute. Fühlt es nicht. Tut es mir sehr leid. Und zwar mit einer Sonne und einem süßen Mond mit Sternen. Die sind cute. Oh mein Gott. Ich bin mal gespannt, was da geschrieben steht. Ihr seht es leider nicht, aber ich habe auch eine Haarschfange drin mit Sternchen. Okay. Okay. 16 Euro. Diese wunderschönen Socken wurden von Daily Socks X Trend Trader exklusiv für die Trend Trader-KundInnen designt. Das deutsche Label steht für stylisches Design und beste Qualität. Die Socken werden unter fairen Bedingungen in Portugal produziert. Dabei kommen nur besonders weiche und hauverträgliche Garne zum Einsatz. Daily Socks engagiert sich zudem für die sozialen Projekte, arbeitet mit Behindertenwerkstätten zusammen und unterstützt mit einem Euro pro verkauften paar Socken regionale Hilfsprojekte. Auch bei der Verpackung setzt das Unternehmen auf Nachhaltigkeit und verwendet nur FSC-zertifiziertes Papier. So gehst du nachhaltig durch deinen Tag. hat man auf jeden Fall auch gemerkt, dass die sich sehr hochwertig und sehr weich, sehr gemütig anfühlen. Und ich liebe es mittlerweile auch, wenn die Socken so ein bisschen höher gehen, denn, also, ich weiß nicht, wie ich das früher gemacht habe, aber ich bin auch im Winter mit Crop Top raus und so. Und das war mir nicht so kalt und mittlerweile wirklich ein Unterhemd, ein T-Shirt, ein Pulli, eine dicke Jacke. Und selbst dann ist mir noch kalt. Wir werden leider nicht jünger. Okay. Dann haben wir weiter mit das Büchlein. Achtsam unterwegs, eine literarische Reise. Waldeinsamkeit, mich wieder freut, mir geschieht kein Leid, hier wohnt kein Neid. Von neuem, mich freut Waldeinsamkeit. Das ist das Trend-Goodie, soweit ich es gerade gesehen habe. Also, mich jetzt nicht täusche. 10 Euro für dich als 12-Monats-Abonnent in, ja, entweder achtsam unterwegs oder, äh, 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 wo steht das andere? Nachts in der träumenden Stille, hört sich auch toll an. Wir belohnen deine Treue mit deinem 12-Monats-Abo, entdeckst du jeden Monat ein zusätzliches Produkt in deiner Trendbox. Freue dich im November auf eines von zwei Büchern von Padlock. Begib dich entweder auf einen literarischen Spaziergang mit achtsam unterwegs, eine literarische Reise. Hier erwarten dich Kurzgeschichten von bekannten Schriftstellern rund um die Themen achtsam leben und in der Natur unterwegs sein, entschleunigen, entschleunigen deinen Tag. Oder lass dich verzaubern von dem Buch, nachts in der träumenden Stille, Gedichte und Geschichten zu schlafen, seit diese liebevolle, illustrierte Kurzgeschichtensammlung für Erwachsene lädt als wundervolle Einschlafhilfe zum Träumen ein für einen entspannten Abend. Finde ich beides super süß. Ähm, ich hätte mich über beides gefreut. Und, ja, bin gespannt, was da dann so drin stehen wird. So, auf jeden Fall ein richtig cutes Buch. Also, sehr lang jetzt alles, was hier steht. Am Wasser, hell im Silberschaum auf dem Mandel zieht und sinkt aus Paris Welle. Goldengrün und tiefblau schimmernd, küsst sie flüchtig die Libelle. Und ein drittes kommt dazu, eine Blüte hergeschwommen. Alle haben darauf im Nu heitern Abschied schon genommen. Und die Esche beugt sich drüber, schaut in Ruhe das Beute treiben. Denkt, ihr Lieben zieht vorüber, ich will grünen hier und bleiben. Und ich unterm Eschenbaum, was soll denn mit mir geschehen? In dem reizend leichten Traum soll ich bleiben, soll ich gehen? Gottfried Keller, Gedichte. Interessant. Okay. Dann haben wir hier von Newkey Keres Essentials eine Body Lotion. Und ich meine, da war letztes Mal ein Conditioner von in der Trendrider Box. Und den benutze ich auch regelmäßig momentan. Deswegen freue ich mich darüber sehr. 8,95€ die Newkey Body Lotion Soft ist die perfekte Ergänzung für deine Pflegeroutine im November. Diese vegane Body Lotion ohne Parfüm verfüllen deine Haut mit wertvoller Schia Butter. Sie zieht schnell ein und reduziert effektiv Rötungen, während sie Spannungsgefühle lindert. Mit natürlichen Inhaltsstoffen wie Kokosöl pflegt sie selbst raue Hautstellen super weich. Und das Beste, sie ist frei von Mikroplastik und Parabenen, sodass du dich auf eine umweltfreundliche Hautpflege verlassen kannst. Schenke deine Haut jeden Bogen die Pflege, die sie verdient und mach sie bereit für die geltere Jahreszeit. Freue ich mich auch, dass die nicht parfümiert ist, weil manchmal mag man auch einfach diese starken Düfte nicht. Das soll es einfach nur was ganz leichtes sein. Und, ähm, ja, die riecht völlig neutral, finde ich aber sehr gut. Und Leute, ich komme aber da mit der Dunkelheit nicht klar, wirklich. Also, wenn ihr Tipps habt, sagt mir irgendwas. Vitamin D, diese, ähm, Tageslichtlampen. Was habe ich noch für Tipps? Ich hatte auf Instagram schon gefragt, früh schlafen gehen. Ich kann gar nicht früh schlafen gehen im Moment. Ähm, wenn ihr noch mehr wisst, lasst es mich wissen. Es ist so schrecklich. Ähm, ja, es ist einfach schrecklich. Dann kommen wir jetzt direkt, direkt mal zu einer Aufweiterung. Tonys Chocolonely. Chocolonely. Fair Nuss Crunch Schokolade. Ja. 2,99, wer nascht nicht gern im Alltag Schokolade? Schokolade, besonders dunkle, ist eine wertvolle Ergänzung, da sie positive Auswirkungen auf Stimmung und Wohlbefinden haben kann. Die neue Sorte Dark Creamy Hazelnut Crunch von Tonys Chocolonely ist mit 51% Kakao-Enteil sowie knusprigen Haselnuss- und Mandelstückchen nicht nur köstlich, sondern auch fair trade und vegan. Sie setzt auf rückverfolgbarer Kakaobohren und recyceltes Papier, während Kakao-Farmer fair entlohnt werden. So hilft deine Schokolust, die Schokoladenindustrie zu verbessern und soziale Verantwortung zu fördern für Genuss mit durchweg positiver Wirkung. Hört sich sehr lecker an. Ich bin eigentlich nicht so der Fan von dunkler Schokolade. Aber wir probieren es mal. Charlie und die Schokoladenfabrik. Das schmeckt gar nicht so krass, zartbittermäßig, sehr lecker. Das nächste Produkt ist dieses hier. Eko-Ferde-Waschmittel-Universal. Perfekt. Ich brauche nämlich neues Waschmittel. Und ich wusste nicht, welches ich mir holen soll. Welches mal wirklich gut ist. Weil mit meinem letzten bin ich nicht zufrieden. 6,99 Für umweltbewusste Hausarbeit, das Flüssig-Waschmittel-Universal-Biskus und Jasmin von Eco-Verm enthält pflanzenbasierte biologisch abbaubare Inhaltsstoffe und entfernte Flecken ab 20 Grad. Seit über 40 Jahren engagiert sich Eco-Verm für nachhaltige Waschlösung, betont die Bedeutung richtiger Dosierung und niedriger Waschtemperatur. Die neuen 30% höher konzentrierten Formeln reduzieren den Produktverbrauch und Plastikmüll um 11%, während die Kappe eine standardisierte Dosierung ermöglicht. Das ist wirklich mega geil. Natürlich ist das Waschmittel wie von Äckerwerke, wo und Pflanzen passiert und biologisch abbaubar. Deine Haushaltsroutine wird so noch umweltfreundlicher. Mega nice. Da freue ich mich wirklich riesig drüber. Das sind auch nur Sachen, über die man sich freut, wenn man alt wird. Leute, ich sage es euch, ich werde später so jemanden, der mit dem Alter überhaupt nicht klarkommt. Aber ja, es ist leider so, ne? Es ist das Normalste der Welt. Als Letztes haben wir hier eine laute Verpackung. Crunchy Snack It, Bouchetta Style. Probieren wir auch, aber ich lese zuerst, was da steht. 2,49 von Barnhouse.de So bist du bestens vorbereitet für den Hunger zwischendurch. Crunchy Snack It, Bouchetta Style ist die neue herzhafte Knabberei von Barnhouse. Die bekannten Bio-Haferhäppchen aus regionalem Haferflocken mit Tomate, Olive und Basilikum sind mit mediterranen Gewürzen verfeinert, die knusprigen Snackcluster, sind eine köstliche Alternative zu offen als viel zu süßen Müsli-Riegeln oder Keksen und somit eine genussvolle und gesunde kleine Stärkung, die perfekt in deinen aktiven Tagesablauf passt. Überzeug dich selbst vor dem neuen, leckeren Snack. Muss mal kurz gucken. Film die Kamera noch. Film sie noch. Denn ich benutze eine neue Kamera seit Neuestem. Und ich glaube, so wie es aussieht, kann sie über eine halbe Stunde filmen. Sonst hat die immer so einen Cut gemacht und ich musste neu andrücken. So. Lass uns das probieren. Das schmeckt sehr lecker. Ich finde eher nicht so einen Couch-Snack oder so, aber so, ja doch schon. Aber auch wenn man so unterwegs ist und das in seine Tasche packt. Richtig lecker. Ja. Dann ist hier noch Werbung drin. Einmal von Kikoni. Richtig schöne Taschen. Und einmal von Amiwa. Nachhaltige Handyverträge. Interessant. Das war's jetzt auch schon. Die Produkte waren wieder richtig nice. Wie fandet ihr die? Lasst es mich wissen. Denkt an den nicen Adventskalender, falls ihr noch keinen habt oder den verschenken wollt. Und an meinen 50%-Code für die Trendrider-Box. Und dann sage ich Ciao und ans Gewinnspiel. Ciao, ciao, ciao. Tschüss, tschüss, tschüss. Bye, bye, bye. Ciao. Tschüss. Bye. Tschüss.